Bastian Joseph, Port-au-Prince. Was haben die Templer da zu suchen? Captain! Noch mehr Franzosen an unserem Heck! Zu viele! Wir müssen in den Sturm! Wir werden an der Küste zerschellen! Viel Schlimmeres wartet! Hält dieses Land in Templer-Hände! Ei, Captain! Ich war auf die Tür. Ah! Ah! ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk – Nein! – Quoi? – Ça te coûtera une oreille! – Bah, John.